Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Und wir werden gewinnen mit dir. Hab ich schon mal wieder vor. Okay, Gaslow ist Solo-Bot. Dann geh ich mit zu Jaina. Okay, oben ist bei uns auf jeden Fall Valar. Hier, in der Mitte ist einfach niemand. Unten ist Tychus und Rayna in der Mitte. Ja. Und Rayna und Wecker ist bei uns auf. Und. Hier ist noch ein Ablorn am Ferst. Oder ein Ablorn am Ferst. Die anderen Charter überlegen. Sonst soll ich noch mehrgibend. Ich bin die 4-ige Ablorn am Ferst. Mal wieder weg. Treib in die am Ferst. Ich muss bei uns um die erste Ablorn anziehen. Und ich habe jetzt schon eine Ablorn. Ich bin die Ablorn. Und die jetzt schon wieder zurück. Hier ist jetzt ein Ablorn. Ich bin die Ablorn. Ich bin die Ablorn. Ich bin die Ablorn. Jetzt wird man natürlich noch stärkere Zähne im Schlepper Ihr solltet euch herkommen Wollen wir hier oben noch? Ja, so ein... Hin- und Herkampf fast Gut, und von der Mitte ist es eindeutig und der unten ist halt auch nicht im Hinfall Ne, der unten stirbt einfach Oben ruft im Rückzug, du? Naja, ne ne, nur den Alles isig Ja, du willst mir das hin, Alter Ich bin Malfurion, Depp Ach, ich bin... Du willst ja Malfurion Ach, du willst nur was hier Wählt ein Talent Ich kann einfach übelst auf Freien Ich hab einfach keine Mana mehr Ups Ups So, weil die wir jetzt auch schon wieder zurück zurück Ne, ich hab was... Held, die sind mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren Das war aber... Das war aber... Ach, das ist ein Job Ich hab's den Ding Ich hab's den Ding Ich hab's den Ding Und ich hab's den Ding ich habe mich immer wieder versucht was ein mit meiner Kuh-Attacke zu silten weil ich hab die so geskillt, dass immer wenn ich was ein mit der Chilte oder irgendetwas von der Chilte, dann wird die Attacke stärker Wählt ein Talent Rainer mich kann ein bisschen nerven Ihr solltet euch beeilen Oh fuck Oh fuck, ich habe einen Okay, ich glaube, das ist vorbei. Fuck. Ah man, Rainer hatte noch seinen Heal dabei. Okay, das ist bereits schon der Tag gewesen. WTF, die rafeln mich im Tower? Ja, das ist nicht der Anspruch. Hehehe, das hat ihm in der Regel gekauft. Oh Gott. Ich muss nur noch die nächste Geepail. Meine Feuerballfähigkeit ist einfach der Hit, Alter. Oh Gott. Hier weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und nix weiter Wolltchen Oh nein Wie hab ich da noch bekommen? Ey ihr habt's nice Ja Ich bin Wollü 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 Ich bin Wollü Wollü Schade Aber gut struj Wir machen das Eine geringe Verzögerung Schade Die Dach Ab аш Diese Söldner werden jetzt versklavt ich habe mich nicht mehr in den Schaden genommen, weil ich mir mal in den Schaden reingehoben habe. Geh Waller. Waller tot. Waller tot. Nein, der hat überlebt. Komm schon, tötet ihn. die anderen kommen auch alle weg was das denn wurschtet hier oh der wurde gehealt was ist das jetzt was ist das jetzt alle überleben ohne lebe ich habe einfach drei leute von denen kein leben mehr oh die haben einen boss nice ja wir brauchen auch was wir jetzt ein talent das scheint mir doch etwas übertreiben gut für mich das war aber brutal gut dann haben wir auch verkackt ich verfluche euch ich habe nur eine festung verloren gut gemacht der gegner eure zitaden Oh, wieder, wieder, wieder. Mein Fluch vergeht doch nur vorübergehend. In der Post ist jetzt mehr, das ist nicht der Post. Aber wir werden jetzt verschlägt. Wir sollten dieses Vor verteidigen. Ja, ok, rennen wir ganz nach oben. Euer Lampner hat ein Form zerstört. Das ist einfach schon wieder dieser 2-Level-Vorsprung. Dieser als Bekannte. Da kann man immer wenig machen. Ihr wählt ein Talent. Der wird alles gescheitert. Der wird gescheitert. Ich esse nicht. Ich würde den 하나 nicht einschalten, New. Er ist immer wieder. Das ist der Grund. Sie sind in der Krause. Was? Hehehehe Oh fuck it Oh fuck it Oh 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 Where is he? I have pushed there over there I don't know I think it's an Oka We should take this old camp We should take this old camp We should take this old camp We should not lose And The 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 Was ist das? ich bin immer die 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 auch bei die ich habe keine Ahnung was ist diesmal war die Gegner und es sagt Ich habe keinen wirklich gesehen, der schlecht gespielt hat. Die Runde ist zwar echt ein gutes Team, muss man sagen. Aber trotzdem verloren. Justice League Technik, Gerslow positiv, Muradin positiv, ich positiv, Markus 1 negativ. Okay, war Healer und Jaina auch positiv. Also ich weiß ja nicht, ne? Naja, okay, die Gegner sind halt 16 positiv, 13 positiv, 15 positiv. Die sind halt nie gestorben. Das war vielleicht das, dass sie am Anfang zu oft gestorben sind. Naja, vielleicht beim nächsten Mal haben wir uns noch Hanshausen schon. Töloos.